Er investierte all seine Kraft eins an der Zeit, er opferte alles, was er hatte, um das Schiff so schnell wie möglich zu gestalten. Er arbeitete so fein und steifend, damit sprach. Er arbeitete so fein, er ist mit allen Dingen, die er hatte, für ein wunderbaren Schiff. Und als das Schiff dann fertig gebaut war, schrieb er auf die Rückseite seinen Namen rein. Er sagte, heute ist ein schöner Tag, ich möchte es gerne zu einem Wasserufer lassen. Und wie dieses kleine Schiff dann entlang am Ufer kam ein großer Wind. Kommt die Schnur zwischen diesen Schiffen und diesen jungen Zeris. Und dieses Schiff geht an ihm vorbei und er kommt nicht in der Innenfesthalte und er läuft entgegen. Und er hat ein Schiff verloren und ging dann zu Hause und war sehr traurig. Und Tage später ging er dann in die Stadt spazieren. Und was er sah, er sah sein Schiff im Schaufenster mit seinem Namen. Er ging in diesen Anruf-Herkaufladen zu diesem Verkäufer und sagte, das ist mein Schiff, mein Name steht sogar hinten dran. Und dieser Anruf-Herkaufladen sagte, ja du musst es dennoch kaufen, es kam jemand und hat ihn mir verkauft. Und dieser Junge sagte, gut ich mache das. Er ging ihm zur Haube und sparte das Geld mühsam zusammen, alles was er hatte, hat er verkauft. Er ging arbeiten einem im Haushalt, dass er dieses Geld zusammentut, dass er dieses Schiff kaufen kann wieder. Und als er es bezahlt hatte, nahm er den Schiff, drückte er es an sich und war sehr erfreut. Er drückte dieses Schiff, mit dem er es opferte, mit alles was er hatte und sagte, jetzt gehörst du doppelt mir. Erstens habe ich dich liebevoll zusammengebaut und das zweite Mal habe ich dich auch teuer bezahlt. So ist Gott, lieber Bruder, er hat uns erschaffen und das zweite Mal habe ich dich auch teuer bezahlt. Und so sind wir die Hände Gottes. Und deswegen sage ich, liebe Geschwister, haben die keinen wunderbaren großen, denn wir haben ihn geworfen, schon mit Golgotha. Wer es am Kreuz konnte, hat er teuer, egal. Der war eigentlich nicht zu schade und sagte, ich geh diesen Weg, Kreuz Golgotha. Er ging für dich und er ging für mich, weil dein Mitleid mit einem uns jeden handelt. Das Wort Gottes sagte, geht wie ein Lamm zu Schlachtbank, ohne seinen Mund aufzutun. Er war in einem hohen Bremen, um den Chirr bord zu kommen. Er hat in einem Schirr, mit einem Schirr, mit einem Schirr Sieklang, ohne seinen Boden aufzutun. Er wurde so teuer erkauft, als er den Schiff in sich schlug. Ich habe dich bezahlt und ich habe dich erschaffen und niemand kann sich mal auf meine Hände reißen. Das wollte ich gerne sagen, was mir am Herzen lag. Gott liebt einen jeden einzelnen von uns. Er liebt dich so sehr. Ich weiß nicht, was in deinem Leben, welche Probleme du hast oder nicht. Ich weiß eines, der, der nach Gott sucht, Gott wird sich nicht offenbar in deinem Leben täglich über die Veränderung schaffen. Lass uns den Herrn mit aufrichtigem Herzen suchen und ihn lieben. Suche täglich nach Gott. Amen. 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 Amen.